Willkommen zurück zu Lost in Random. Ich weiß nicht mehr, was ich will. Nicht zu wissen, was ich will? Das ist es. Es ist Zeit für mich, zurück nach Hause zu gehen. Und jeden Morgen würde ich auf und gehen zu etwas Neues. Und das Ganze wieder zu Beginn. Aber jetzt habe ich natürlich gedacht, dass ich eigentlich nicht zurück nach Hause zu gehen wollte. Was ist so besonders an Vierburg? Ja, das ist nicht so schlimm. Aber wenn der Vor-Mann kam hier, er hat sich über Rackwig. Noen kann rollen ein höherer Nummer als ihn. Except für Ihre Majestie, natürlich. Das sind deine Hände, tut mir leid. Ich kenne sie, sie ist ein Monster. Ja, das war vier Mann, ich werde neue Punkte finden, er sagte, die Nanny ist ein echtes, warte mal, ich werde neue Punkte finden. Ich habe keine Warte, dass du, Strangler. Ich sehe es in deinen Augen. Du bist nicht der Kind der Frau, die die Welt empfiehlt sich für lange. Du denkst, dass all diese Macht macht den Vor-Mann glücklich ist. Aber ich denke, jetzt ist er nur Angst, zu verlieren. Er hat diese ganze Stadt verändert. Und ja, in der Mitte ist alles, ist eine kleine, kleine, dunkle Alley, wo du sicher bist, und siehst, wie es wirklich ist. All diese Macht in der Welt. Es bedeutet nichts, sogar neben den Menschen, die du liebst. Die Welt hat seinen fairen Teil der Hörer, aber Schönheit auch. Und wir müssen nur das beste, was wir können, mit den Karten, die wir gehalten haben. Ich weiß, dass du da gut machst. Du hast mich ihn genannt, woher kennst du meinen Namen? Ah, schucks. Ein altes Mann wie ich bekommt, hat eine glückliche Gäste in einem Moment. Nicht nur ein altes Mann kann das von uns nehmen. Ich bin glücklich, dass du so bist, Freund. Oh, es war ein tolles Moment von Freundschaft und Kindheit. In einer Stadt, die ihr nicht viel gezeigt hat. Ich war sogar dankbar dafür. Hm, okay. Gehen wir weiter. Wir müssen ja jetzt gucken, dass wir Dice-Rebrief bekommen. Meisterziehung. Was für ein Glück. Die großzügige Würfel-Dimension gibt ihm zwei Karten-Token. Cool. Verlorene Seelen-Gasse. Verlorene Seelen-Gasse. Verlorene Seelen-Gasse. Der ist noch da. Verlinge Seelen-Gasse. Kannst du das sagen, sie... Lass sie dich stören, ich will nur nach Hause. Gut, du kannst das tun, nachdem du uns helfen kannst. Ich kann das nicht aussprechen. Spekulieren! Nicht wieder, sie sagt. Jetzt hat sie also Zeit, um nicht mehr zu spekulieren? Kleine, hast du was vom Kopf gekriegt? Was soll sie denn sonst machen? Das Leben ist ein Spiel voller Spekulationen. Wetten auf die Zukunft auf Spiele, auf das Leben, auf alles. Schau, nicht spekulieren auf die Zukunft. Du kannst mit dir sprechen. Hey, du kannst mit dir sprechen. Und wir bezahlen dich. Mit einer Karte. Zum Spekulieren, okay. Ich kann nichts versprechen. Was ist denn? Ja! Du bist alles klar, Kind. In der Vierheiligenstraße, okay. So, ich glaube, ich muss mal kurz noch mal runtergehen. Ich muss mal unten mit den ganzen Leuten reden. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber da ist sie, kann mir erst mal ein bisschen Kohle holen, hier. Soll ich da runterhelfen? Geht's auch irgendwo hin? Guck mal. Kannst du hier ganz auch was holen? Das ist so eine Arena hier, oder? Ein bisschen. Ein bisschen. Ich muss direkt wieder runtergehen. Dann müssen wir gar nicht da, die Leiter runtergehen. Ist auch nicht schlecht. So, hier, mit denen haben wir auch noch nicht geredet, die hinten sind. Haha. Okay, mit ihm können wir nicht reden. Da steht noch so ein witziger Typ. Ich bin hier, um zu erheben, um zu arbeiten zu haben. Okay. Ritzi Kopfüber. Du siehst nicht, als wärst du von hier. Das bin ich auch nicht. Ich wusste es. Ich bin von Tudown, also kann ich sagen, einen Out-of-Towner. Ich bin hier, um zu erheben, um zu arbeiten zu haben, um zu arbeiten zu haben. Ich bin nicht sicher, ob es es wert war, aber... Es ist zu late jetzt. Sag was? Sag was jetzt? Ich kann es nicht glauben. Das ist krass. Endlich. Ein paar gute Nachrichten in diesem leidigen Ruin des Stadens, der drüben liegt. Und ein immer mehr leidigen, ein immer mehr Ruin des Stadens. Das ist richtig. Ich habe niemals auf die Vortown geflogen. Schon klar, an deine Persönlichkeiten ist leise, die andere ist laut. Und eine lautere ist hier, um zu feiern. Woo! Ich gehe morgen zurück. Hier, Kind, mach das. Ich habe niemals benutzt, aber vielleicht werden Sie es. Kriege ich eine Karte? Ja, das krieg ich. Ich gehe mal zurück, Kind. Jo, gut. Okay, gehen wir hier nochmal durch? Da ist einfach eine Karte, die können wir doch auch irgendwie bestimmt kriegen. Also, es läuft irgendwie eine Zeit, aber ich weiß nicht, wofür. Da oben sieht man, wir haben zwei, okay. Es muss mehr geben, wir müssen mal kurz gucken hier. Da ist noch eine. Okay, wir müssen gucken. Also, da ist einer noch. Müssen wir noch irgendwo einen finden, oder? Ich sehe gerade keinen Knopf. Doch, hier. Okay, los geht's. Ich kann nicht glauben, dass 4-Mann mich ausfüllen. In Sekunden, bevor ich ihn ausfüllen würde, würde ich ihn ausfüllen. Du kannst hier nicht nur stehen, wirst du nicht wissen, dass es eine Krieg geht? Äh, wo genau? Nein, Krieg? Aber ich habe gehört, das war vor langer Zeit. Der Krieg ist vorbei. Ha, das ist richtig. Wenn es wirklich vorbei ist, dann erzähl mir das. Wie kann man einen Karten haben? Ein Karten, der über den Krieg lebt, könnte ich sagen. Kannst du noch etwas für den Krieg erzählen? Ah, ich bete, dass du gerne wissen würdest. Der Welt ist voll von Spies. Und ich werde ihnen nicht sagen, was ich? Ich werde ihnen nicht sagen, was ich? Oder wie die König kam ein Tag, und ich habe ihn ausfüllen, was ich für einen Karten zu sehen? Ah, du hast mich fast verletzt. Aber ich bin zu clever für dich, du hörst. Zu clever bei einem. Weil ich habe gesehen, was passiert, wenn du nicht clever bist. Was passiert mit meinem Freund Pusa. Das muss schrecklich gewesen sein. Das ist schrecklich. Ich werde auch von einem Geist verfolgt. Das ist Krieg, Kind. Jetzt riechst du hin, bevor du eine Bühne hattest. So. Schon ganz schön viele Leute hier reden. Was mit ihm hier? Können wir uns helfen? Ja, man könnte sagen, ich bin eine Expertin. Perfekt, perfekt. Ich habe diese Geschichte, du kennst. Ein bisschen der premierige Geschichte-Kollektor hier. Ein bisschen der einzige. Also, erzähl mir die Geschichte dieses Geistes. Schöne. Was hat mit dem Geist? Warum hat er geschehen? Wer? Wer war es? Wer bin ich? Wer bin ich? Wer sind wir alle hier? Ich liebe es. Hey, listen. Hey, listen. If you come across any other spooky stories, you let me know. If I had three new stories, I'd have enough material for a new ghost tour. Ah, ancient spirits, that come out of your head to fight in battles. Right. Not bad little fella, but come on. I want real ghost stories, not fantasies. Oh, I can pay too. I'll pay a child for ghost stories. Don't even act like I won't. Hm. Okay. Haben wir noch eine Geschichte für ihn eigentlich? Heard any good ghost stories? Er hat doch gerade auch erzählt, da, der Typ. Ich habe von einem Soldaten gehört. Oh, war. Es geht um seinen Freund. Es geht um eine Frau namens Pusa. Oh, I smell tragedy. A thing I've learned, sometimes even more memorable than even the finest victory. What else is it about? Es geht darum, wie sie von der Königin ermordet wurde. Oh, das klingt schade. Und unfair. Sehr, sehr schade. Oh, ich werde heute nicht so schlafen. Danke, Kind. Hast du noch eine gute Geschichte gehört, Lele? Nein, das war alles. Oh, hör, du kommst nach... Das machen wir. So, haben wir noch irgendwo... ...Dings gesehen. Okay. So, wir haben immer noch keinen, der uns... ...was kaufen. Ja, wir haben immer noch keinen, der uns helfen kann, ne? Hey, Manny. Ich will nur, dass mein Leben noch nicht schlimmer wird. Ja, hör, Mann. Hey, I know, things get bleak sometimes. Truth is, this was my hometown once. Born and raised here. I left way back, before the town got ruined by, uh, you know who. Du weißt schon, wer. Ich werde Lord Voldemort. Nothing ever stays the same. You turn your back for one moment and, well, you can look around to see what happens. But things get better, right? They have to. Otherwise, they just stay like this, mate. Well, I don't know how to air do that. Oh, anyway. Enough about me feeling sad. You know what, I'd rather feel. Aufregung. I'd rather feel cards in my hands as we trade them, eh? Haha. Okay. Haha, you took the words right out of the cabinet. So, wir gucken nochmal kurz. Das ist eine Viererlanze. Der Geister zerstört in Vierstadt. Man assistiert sich in Form einer Lanze. Drücke Eger zum Zuzug, halte X für durchbohren. Das nehmen wir bei. Das klingt cool. Ja. So. Die Strom durch, kann das sein? Da kommen wir ja nicht wieder rein. Okay. Okay. Ich kann das. Ich kann hochbehöhlen. Okay. Show me your dice. What is this? This isn't a four. That's a guaranteed loss, kid. Okay. Now get out of here. It's for your own good. Okay. Okay, wir müssen jemanden finden, der uns da die Vierer reinkloppen kann. Wo wird's denn hier hin? Ja, ja. Ihn brauchen wir. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Seymour? Was machst du hier? Hey, Eben. Sorry, Leute. Ich muss mich aufbauen. Meine Freundin. Es ist gut zu sehen. Du hast ihn in Vorberg. Wie geht's die Brave? Ich gehe nach Hause, Seymour. Aber ich sehe dich nicht mit dir. Sie ist, äh, ich weiß nicht mehr, was ich mache, Seymour. Oh, I'm starting to think I don't even know who Odd is. Maybe I never did. Maybe it was a mistake to look up to her, to anyone. We all just, we all disappoint are the people, don't we? Hey, and here I am disappointing you. Hmm. All right. So, you want to go home. Let's start there. You certain about this? Ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher. That just tells you, you're alive. Life is a roll of the dice, right? It's okay to want to go home. It's okay to feel lost or be lost and to just take things one step at a time. Do you know your way back? Nein, aber Ludobloff hat gesagt, er kann mich zurückschmuggeln. Ich will sagen das. Für eine Frau, die so verheiratet und pessimistisch ist, hast du sicherlich viel Erfolg, um Menschen zu treffen und um Verlust zu verhindern. Ah, danke den Dicemakers für ihre Vorbereitung für das dann. Ah, ich bringe dir mich selbst, wenn ich könnte. Ich bin, äh, irgendwie verloren. Da ist dieser Kerl, der sagt, er könnte schmuggeln. Kannst du mir helfen? Easy, easy, I was just getting that part. Here, pass the little guy over. So, just add in the dots, he had in two towns. Und jetzt die extra Dots, die du gefunden hast, zurück in Frieden. Und... Na? Belohnung, Dicy repariert. Sieht man, hat Dicy nicht noch repariert, damit er eine 3 bekommt, sondern ihn gleich auf 4 aufgewertet. Was für ein Freund. Tada! Meet your new improved, more repaired Dicy. Now, you can roll up to... Hey, oh, hmm, 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 oh, um, um, four. Which is still not enough to beat the high roller. Sorry, even. Well, I know where you could find some more dots, but... Uh, uh, um, um... Forget I said anything. Uh... Wo? It's dangerous. Bitte. Sieht man, hè? Okay, ich habe hier irgendwo hier vorne gesehen, dass das einmal stammt mit Varsaga Zelt. Varsaga Zelte nach links, okay. Varsaga Zelte. Okay, müssen wir mit den Leuten hier reden? Wir reden mal mit den Leuten hier. Du siehst aus, als wolltest du deine Zukunft erfahren. Ich habe die besten Schicksale der ganzen Stadt. Nein, ich suche jemanden namens Oma. Oma, das ist eine Überraschung. Ich dachte, du könntest sie in die Zukunft sehen. Ich kann deine, in deine kann ich sehen, Kleine. Und du wirst Oma nicht finden. Oh, fangen wir in den nächsten. Eine wandernde Seele auf der Suche nach einem Blick in die Zukunft? Ich suche Oma. Viele suchen sie, Kleine, aber nur wenige können sie finden. Du weißt, wo sie ist? Die, die so reisen wie wir, können sie nicht erreichen. Nur die, die wie Flieger reisen, werden sie finden. Sie lebt im Himmel? Nein, nein, Kleine, aber ich rede zu viel. Auf Wiedersehen. Mögest du morgen vernünftigere Ziele finden. Hm. Jetzt ist also keiner hier. Hier geht es auch noch runter. Ist alles voll mit Wahrsagern. Was ist denn noch mit ihm hier? Ich sehe, das ist viel vor der Kleine. Wirklich viel. Hallöchen. Das Schicksal ist es, mich dafür zu bezahlen. Hui. Gucken wir mal. Also, irgendwo muss sie ja... Müssen wir irgendwas finden hier? Da steht noch ein kleiner... Glaubst du, es ist wahr, was sie über dieses Ort sagen? Ich will nicht jemanden für meine Fortunat fragen. Ich will nicht, wie die, die zu viel zu sein kennen. Okay. Peter hat nicht gesagt. Du wirst nicht wissen, was du in die Reise gehst, oder? Du hast keine Idee. Na, reden wir mit ihr. Die werden wir schon etwas wissen. Ich kann dich den ganzen Tag anschreien. Das ist genau das, was du wirst tun. Das ist ein anderes Ding. Das ist ein anderes Ding. Das ist ein anderes Ding. Bezirk der Teppichleserin. Eine Teppichleserin? Was ist denn eine Teppichleserin? Na gut. So, komm mal her. Oh, warte. Das ist noch so ein Ding. Jetzt aber. Ich will Oma finden. Oma sagt, du hast die Storien des Geistes gehört. Sie ist ein Geist? Wir sind nicht alle. All das ich weiß, ist, dass in vielen Jahren etwas Schreckliches passiert. Eine Mutter wurde von einer Königin und in der Erste zu erhebten, sie disappeared. Manche sagen, sie haunt diese Gründe. Also weißt du nicht, wo sie ist. Some things are beyond even my sight. But only yet, Wanderer. I have not told you a fortune. Let me see. Warum eigentlich nicht? Oh, komm, kleiner Kind. Für dich? Ich sehe etwas strange. Was, 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 was ich sehen? Die Geistererziele von Wahrsache. Das können wir hinkriegen. Ist das Una? Wir gucken mal. Oh Gott. Sie sind hier guselig aus. This rug, this rug is very nice. Ooh, it shows real promise, don't you think? Äh, ja. Huh. On the other hand, it is still missing some threads. But I have many rugs here. Which ones are you interested in? Hat der Rote mit Oma zu tun? Der Blaue, bringt der mich zu Oma? The blue one. A fine choice. There are a pair of best friends in this city. Or rather, there were. Until that friendship was fractured. One of them lives alone. Near Dice-Makers Square. I wonder if that friendship could ever be restored. Hat Oma das mit den Roten zu tun? Ah, yes. The red one. Every time I look at that rug, I think of a poor woman here, who loves her partner so much, that he's become her whole world. Leaving no room in it for herself. Oh, oh, she searches for him near Four Horseman's Corner. Okay, zwei Personen, die wir schon mal finden müssen, dann fragen wir wegen dem lila Teppich. The purple rug, yes. A personal favorite. You know, the queen. She'd have us believe we're all different. That we need to hate each other. But within us is a light we all share. He is in trouble in one of the four men's arenas. Gibt er noch eine? Wenn ich diesen drei Leuten helfe, erzählst du das so über Oma? The future isn't made yet, young one. Weave it to your liking. I can tell you nothing else. You want to find Oma, yes? Yeah. Then go and keep your dice friend close. Hmm? That strange rug seller seemed to know more than she was letting on. Also, I didn't even know she'd be here, so that's weird and spooky. For now, even had little choice but to seek out those people she'd mentioned and hope that when she'd returned, Oma would be there too. Okay. Da haben wir schon wieder einiges geschafft. Ähm. Müssen wir mal gucken. Also, wir müssen jetzt mal diese drei Leute finden, damit wir wieder, ja, weiter über sie, über Oma reden können. Das machen wir auch. Allerdings auch nicht mehr ganz heute, denn, oh, ich glaube, das ist echt schon zu spät. Die Folge ist schon wieder fast eine halbe Stunde und das ist schon echt sehr lang. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir uns aufmachen, die drei Teppichhändler, die Leute da zu finden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.